Crunchyroll vertont vier Anime-Serien auf Deutsch. Es gibt einen Pokémon-Kanal auf Prime Video, die Edgy Visual Novel Nukitashi erhält einen Anime und viele weitere Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier sind die Otaku-News. Lasst uns loslegen! Crunchyroll gab kürzlich bekannt. Dass man voraussichtlich ab Mitte Februar diesen Jahres die 25-teilige erste Staffel der Fantasy-Serie Lock Horizon, die dritte Staffel von Golden Kamui, sowie die Mystery-Serie Meisterdetektiv Ron Kamonohashi eine deutsche Synchronisation spendieren wird. Die zweite Staffel der Spin-Off-Serie Yashahime Princess Half-Demon folgt ab Ende März auf Deutsch. Hey, sorry, dass ich das Video unterbreche hier an dieser Stelle. Allerdings möchte ich in eigener Sache eine kleine Werbung einbauen. In einigen Tagen bzw. seit einigen Tagen auch schon, werde ich wieder Livestream. Und zwar unter meinem Pseudonym bzw. dem Namen meines Zweitkanals Angry German Otaku. Wo? Auf Twitch. Ganz einfach in die Videobeschreibung mal gehen. Dort findest du den Link dazu. Folge mir doch jetzt schon mal, damit du keinen Stream mehr verpasst. Aktuell spiele ich so Spiele wie Parle World, Battle Bit Remastered, bisschen Battlefield, wenn es dann funktioniert bei mir, und viele weitere Spiele. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich und wir haben zusammen ein bisschen Spaß am Abend. Aber jetzt geht es weiter mit dem Video. Auf Amazon ist vor kurzem ein neuer Prime Video Channel gestartet, der sich voll und ganz um die Anime-Adoption von Pokémon dreht. Der neue Prime Video Channel bietet verschiedenste Staffeln der Pokémon-Serie in der deutschen Synchronfassung an. Darunter befinden sich unter anderem Diamant und Pearl, Schwarz und Weiß, sowie Sonne und Mond. Der Pokémon Channel kann nur von Prime-Abonnenten gebucht werden und wird nach einem siebentägigen kostenlosen Testzeitraum jeden Monat 3,99 Euro kosten, zusätzlich zu den Prime-Gebühren natürlich. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von My Hio Academia wurde am Montag verkündet, dass der vierte Film zum Franchise am 2. August in den japanischen Kinos startet. Der vierte Film, der den Titel My Hio Academia The Movie You're Next trägt, entsteht unter der Regie von Tensei Okamura im Studio Bones. Yusuke Kuroda verfasst das Drehbuch, während Yoshihiko Umakoshi das Design der Charaktere und Yugi Hayashi die Musik beisteuert. Die ersten drei Filme sowie alle sechs bisherigen Staffeln der Action-Serie My Hio Academia stehen bereits mit deutscher Synchronisation sowie im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln auf Grand Jules zur Verfügung. Die siebte Staffel startet voraussichtlich am 4. Mai im japanischen Fernsehen. Zuvor werden ab dem 6. April unter dem Titel My Hio Academia Memories vier Recap-Episoden ausgestrahlt, die wichtige Szenen für die neuen Folgen sowie komplett neues Bildmaterial enthalten sollen. Crunchyroll hat sein Programm in den letzten Tagen um drei DUB-Upgrades erweitert und bietet ab sofort die erste Episode des Romance-Anime Assigned of Affection sowie die erste Folge der Fantasy-Serie Tales of Wedding Rings mit deutscher Sprachfassung an. Darüber hinaus ist die erste Folge der zweiten Meshel Magic & Muscle Staffel, welche den The Divine Visionary Candidate Exam Arc adoptiert, ab sofort auf Deutsch verfügbar. Die zwölfteilige erste Staffel kann bereits vollständig mit deutscher Synchronisation angeschaut werden. Durch die Öffnung einer offiziellen Webseite wurde bekannt, dass die Visual Novel Nukitashi eine Anime-Adoption, welche den Titel Nukitashi der Animation tragen wird, erhält. Weitere Details, wie etwa die mitwirkenden an der Produktion oder ein Starttermin, stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Wir halten euch darüber natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden, also abonniert unseren Kanal jetzt, drückt die Glocke und stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Die Visual Novel, welche von Kyoropo speziell für Erwachsene entwickelt wurde, kam 2018 in den japanischen Handel. Das Edgy-Spiel ist seit letztem Jahr auch über Steam auf Englisch erhältlich. Eine deutsche Sprachfassung wird nicht angeboten. Ein zweiter Teil des Originalwerkes erschien im Jahr 2019 und ist seit Dezember 2023 auch hierzulande mit englischer Sprachausgabe verfügbar. Eine Manga-Adoption, die aus der Feder von Mamirochita stammt, startete im Dezember 2020 im Ultra-Jump-Magazin und endete im Dezember 2023. Auf dem offizient Twitter-Account der Anime-Adoption von The Banished Former Hero Lives As He Pleased wurde verkündet, dass diese ab April im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Anime entsteht unter der Regie von Kasaomi Koga in den Studios Dean und Mavi Check. Yoshike Okusa verfasst das Drehbuch, während Rintaro Ikeda, welcher für Rikikoi die Serienkomposition übernahm, für die Serienkomposition hier verantwortlich ist, und Saoi Hosoda, die Charakter-Designerin von Femton of the Idol, das Charakter-Design erstellt. Im japanischen Sprecher-Cast sind Shota Aoi als Ellen, Minamiko Saka als Riese, sowie Akari Kito als Anriette zu hören. Sora Amamiya wiederum spricht den Charakter Noelle. Die gleichnamige originale Light Novel stammt aus der Feder von Shinko Suki und erscheint seit 2018 mit Illustrationen von Shokokan in Japan. Eine Manga-Adoption von Karasumaru wird seit Dezember 2018 auf der Comic-Corona-Webseite veröffentlicht. Beide Werke sind auf Englisch erhältlich. Das war unsere Rotakunus-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool, drückt dabei die Glocke und stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne noch auf unserem Discord-Server besuchen, uns per Paypal, Patreon oder einer YouTube-Mitgliedschaft unterstützen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Oder ganz einfach, ihr teilt dieses Video und empfiehlt uns euren Freunden weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Ciao.